Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir gerade mal ein schattiges Plätzchen hier bei fast 36 Grad bei uns gesucht, um in die neue Apeman Travo zu sprechen. Das ist für euch also ein kleiner Video- und auch Audiotest in 1080p, in diesem Fall mit 60 Frames in der Sekunde, wobei ich die Timeline jetzt in Final Cut auf 30 Frames reduziert habe, so dass ich die Möglichkeit habe, den einen oder anderen Clip auch noch mal in Zeitlupe abzuspielen, also um 50 Prozent verlangsamt. Ich war mit dieser Kamera unterwegs in London. Am Anreisetag, also zwei Tage waren wir dort, habe ich in 4K gefilmt. Dazu gibt es auch schon ein Video, das verlinke ich euch mal. Das hier sind allerdings die Eindrücke dann am zweiten Tag und der Rückreise in 1080p mit 60 Frames. Das Ganze in Default-Settings, also ich habe in der Kamera so überhaupt gar nichts verändert, alles Standard gelassen und ich habe den Bildstabilisator auch aktiv gehabt, so dass ihr einen guten Eindruck bekommen könnt, was die Kamera in Full HD so leisten kann. Die ganzen Aufnahmen sind alle frei handgefilmt. Ich hatte kein Stativ dabei, so dass man auch so ein kleines bisschen den Bildstabilisator in Aktion erleben kann. So, das soll es aber jetzt gewesen sein. Ich würde vorschlagen, wir warten gar nicht mehr lange und starten direkt mit den Eindrücken. Viel Spaß! Wir sind noch hier, flippen Coins, über was zu kommen. Es beginnt zu werden, und wir wissen nicht mehr, wie wir hier sind. Wir versuchen, zu verstehen, wie es alles angefangen hat. Wir sind noch hier, flippen Coins, bis zum nächsten Mal. Wir sind noch hier, flippen Coins. Wir sind noch hier, flippen Coins, bis zum nächsten Mal. Wir sind noch hier, flippen Coins.